Auf rund die Hälfte der Handy- und Internet-Tarife könnte demnächst eine Tarifanpassung zukommen. Basis dafür ist die sogenannte Wertsicherung, so die Preisvergleichsplattform tarife.at. Mit der jüngsten Preisanpassung um 4,23% werden die betroffenen Tarife im Schnitt um monatlich 1,09 Euro teurer. Bei einem Spitzentarif mit einer Grundgebühr von 65 Euro sogar um 2,75 Euro bzw. knapp 33 Euro im Jahr. Rechnet Geschäftsführer Maximilian Schirmer von tarife.at vor. Zum Hintergrund, die Wertsicherung berechtigt die Mobilfunkanbieter seit 2012 einmal jährlich zur Anpassung der Grundgebühr an den Verbraucherpreisindex der Statistik Austria des Vorjahres. Davon ist nur die monatliche Grundgebühr betroffen, nicht aber die laufenden Verbindungsentgelte. Diese Teuerung ist in den allgemeinen Geschäftsbedingungen und Entgeltbestimmungen festgehalten und sieht kein außerordentliches Kündigungsrecht vor. Sollte es zu einer Teuerung kommen, erfährt man das als Kunde in der Regel im Vormonat über einen Hinweis auf der Rechnung, so Schirmer.